Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Titanfall 2. Okay, wir haben hier wieder ein paar Gegner. Wir müssen hier noch ein bisschen was finden, um den Sender zu reparieren. Was genau war das nochmal? Ein funktionierendes Modul. Hey, bleib doch mal hier. Reißt. Wie gemeint, ihr kommt da jetzt damit durch, oder wie? Cool, zählt auch. Okay, wir müssen uns notfalls ja auch noch mit dem Ding verteidigen. Alle Stricke reißen. Für die Blumen. Hier hätten wir nochmal eine Double Take. Die habe ich aufgewertet, oder? Die hat auch deutlich mehr Munition als beim letzten Mal. Gut, nehme ich. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein, sonst ventriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. Okay. Du meinst? Ist denn hier noch irgendwas Tolles? Jetzt hat es sich doch angeboten, hier was zu verstecken, ne? Da unten haben wir Verstärkung. Sehr gut. Gelandet. So, ein paar Jungs. Noch mehr. Hm. Ach schon, das dürfte zwar hier fürs erste Mal gewesen sein, ne? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Ding runterlassen, kommen sie angetrüdelt. Ich fass mal schätzen. Na gut, dann geh halt nochmal hoch. Noch mehr Verstärkung? Warte, war hier noch was? Ups. Und wie lange die dann durchhalten? Gut, sie sind an der Scheuerung. Bewegen sie die Schüssel ganz nach rechts, um sie in Reichweite zu bringen. Wolf? Ich glaube, wir müssen das Richter platt machen. So, Jungs, sie hat was zu tun. Doch gut, dass wir das Scharfschützengewehr mitgenommen haben. Ich glaube, ihr macht das. Unsere da oben? Ich glaube, die werden gerade zerlegt, oder? Das ist nicht von uns. Nacht. Das würde ich noch mitgenommen haben. Dich nicht. Du warst nicht gemeint. Dich möchte ich nicht gerne mitnehmen. Der Schuss hat gesessen, immerhin. Ich glaube, du bist noch fit, oder? Ich glaube, meine Kollegen haben sich dann doch ganz gut gemacht. Okay, ich glaube, ausgerichtet ist es soweit. Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Wir müssen doch eigentlich noch manuell hinlaufen. Okay. In Ordnung. Mal los. Okay, da fehlt was. Da muss ich noch irgendwie was runter. Ah ja. Deine Idee. Ganz plötzlich. Das war ich noch nicht ganz schade. Fuck. Da kann man sich noch entlanghangeln. Da wahrscheinlich hin, ne? Okay. Aber ist ja schon mal der Weg jetzt vorbereitet. Gut, gut. 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 Gut angekommen. Ist in Ordnung. Ich bin unterwegs. Das sind unsere. Und die Frage ist... Komm jetzt wieder rüber. Ich meine, wir haben uns das letzte Mal werfen. Achso, klar, über die Rutsche. Ich dachte, wir haben dich erledigt. Ist doch blutgespritzert, das war in Richtung Kopf. Oben, okay. Ich muss jetzt nachgeladen werden. In Ordnung, ich komme nach. Uh. Willkommen zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren. Mal los. Ich helfe mal mit. Ich helfe mal mit. So, auf Wiedersehen. Ja, ist okay. Auf uns doch. Wieso ballert ihr auf uns? Oh, dann wollen wir alles weghauen hier. Jetzt nicht von uns. Wäschen können wir halt maximal. Mal kurz da, danke. Wir fahren eliminiert, Gebiet gesichert. Sind Sie okay, Pilot? Scheiße, Mann. Das war ein heißer Tanz. Ihre Vitalwerte zeigen keine Deparaturerhöhung an. Möchten Sie, dass ich diese Dänder nochmal überprüfe? Ja, bitte. Witzig, BT. Du bist witzig. Scheint so. So, da oben haben wir einen Helm. Den würde ich mir gerne mal mitnehmen. Protokoll 2 Missionsupdate. Uplink-Modul ersetzen. Der Modulzockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Ja. So, wie komme ich denn an den Helm? Wahrscheinlich von ganz... Ja. Ich glaube, ich muss halt da irgendwie hoch. Der Modulzockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Aber wir kriegen es halt erst, wenn wir da hochgeklettert sind. Was war da irgendwie hoch? Gut, dann müssen wir uns mal werfen. Das ist dann doch die sinnvollere Entscheidung. Sehr schön. Du musst uns eigentlich nochmal, wenn wir jetzt hier runterspringen. Ich wollte eigentlich diese Warn benutzen. Gut, scheinbar wirft ihr uns nicht nochmal. Nächst. In meinem ungemäßigen Moment nicht geladen. Das ist gewehrt. Ich sollte mir manuell nachladen. Hey, Pilot. Hier spricht Cuban Brisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay. Machen Sie nur so weiter. Aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Dann leben Sie länger. Ah, wollen wir doch mal sehen. Aber wir kommen hier ganz gut hin. Wie es aussieht. Die Frage ist, ist hier in der Lüftungsschicht noch irgendwas? Kannst du irgendwas zum Weiterkommen? Der Kollege hat zum Glück keine Höhenangst. Oder er hat sie und kann sie sehr gut kaschieren. Natürlich auch sein. Und das war es dann so langsam mit der Munition. Okay. Ist nicht so berauschend. Hypothese. Die Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. Prüfen wir das mal. Eine Knarre! Sehr gut. Die Schüssel ist wieder online. Kommen Sie zurück, dann kontaktieren wir die Flotte. Großartige Arbeit, Sir. In Ordnung. Richter, hier ist Fliss. Ja, ja, bin schon unterwegs. Richter, Ende. Ja, wie gesagt, ich würde gerne dahin. Wie geht denn das am sinnvollsten? Ich komme hier hoch. Hier komme ich aber nicht hoch. Kannst du mich nochmal werfen? Okay. Sonst hier, glaube ich, irgendwie keine Möglichkeit. Nö, das bringt halt auch nix. So, Glück habt. Ja, keine Ahnung, wo der letzte ist. Aber es ist auch noch eine ganz gute Ausbeute. Tap, tap. Jetzt müssen wir Richter noch umlegen. Richter hier. Wir noten Abfang und Zerstörung. Dann kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper, Neon. Abfang und Zerstörung. Miliztruppen. Kontrollraum abriegeln. Bedrohung im Geordnet. Die Abriegelung läuft. Wir helfen von hier aus. Hm. Nen gut, das ist halt ne Schrotflinte. Auf die Entfernung nicht sooo sonderlich effizient. Klar, das war's mit euch. Ja, das war's mit euch. War ja, Leben. War ganz praktisch. Ah, okay. Und zerlegen wir euch noch gerade ein bisschen. Jo. Gerade was holen. kein Problem. Anomalie festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Achtung, IMC Bodeneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden? Ja, wie bei altwegen es sein wird. Und jetzt, tötet den Kerl. Titan, der Wenger ist klar, wenn sie... Okay. So, das war's mit dir. Und ich. Aufgehen. Ja. Hat alle den Tod verdient. Sürst du das? Vielleicht kommt noch mehr. Warum? Kumpsschaden festgestellt. Jo. Wärtsystem bereit. Dann zerlegen wir dich noch und dann... Ja, geht's in der nächsten Folge weiter. Und wir brauchen dringend mal Leben. Haben wir da was? Wohl nicht so. Jetzt wieder. In Ordnung. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020